Hallo, herzlich willkommen auf der Drupal 2024 in Düsseldorf, die Leitmesse für Grafik- und Printproduktion. Wir freuen uns hier Fundika Mineuter zu betreuen und sind verantwortlich für das Fund Eventmanagement und das Raum- und Mediadesign. Bei einem so komplexen Projekt mit einer Vielzahl an Exponaten, Prototypen und Partnern verändern sich im Grunde jederzeit die Parameter. Hierbei stets Timings und das Gesamtbudget im Blick zu halten, hat mir sehr viel Freude bereitet. Unter dem Motto See the Potential in the Future of Print haben wir uns grafisch vielfältig austoben dürfen und haben dabei von kleinen Printmitteln bis hin zu großen Wandabwicklungen alles produzieren dürfen. Was mir dabei besonders viel Spaß gemacht hat, ist mich grafisch so vielfältig einbringen zu können. Vier Wochen Aufbau haben wir hinter uns, elf Messetage liegen jetzt vor uns. Mit 425 Crewmitgliedern ist das Ganze schon eine ziemlich große Herausforderung. Beginnend von der Travel Logistik, die täglichen Updates, Motivation der Crew bis hin zu den guten Crew Partys haben wir aber alles im Griff. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.